Was ist der Fortschritt in der Philosophie? Ja, ich glaube, wir können da mit Recht von einem Fortschritt sprechen und das hängt dann eng zusammen mit der ersten Frage, die sie stellt, nämlich über den wissenschaftlichen Charakter dieser Philosophie. Durch den wissenschaftlichen Charakter ist die Kooperation von verschiedenen Menschen möglich. Also die Philosophen sind nicht mehr so auf diese monologischen Philosophien eingestellt, wo ein Philosoph seine große Vision ausspricht in einem System und die anderen können das entweder akzeptieren oder liegen lassen, aber sie können nicht weiter daran arbeiten. In der Wissenschaft ist ja das Wesentliche im Fortschritt, dass verschiedene Menschen an derselben Aufgabe arbeiten können und die Generationen langsam weitergehen. Und ihre Ergebnisse einander sozusagen überreichen zur weiteren Verbesserung und Vervollkommnung. Und das ist jetzt in der Philosophie auch möglich durch die strengere Objektivität. Und ich glaube, man sollte hier auch anführen, sehr bildlich dadurch, dass wir uns bemühen, eine bessere Sprache der Philosophie einzuführen. Und die Verständigung über den Sinn der Termini. Früher war das so, jeder Philosoph hatte seine eigene Terminologie und ein anderer schuf wieder eine ganz andere. Und alle waren stolz darauf. Ja, natürlich, das ist eine individuelle Schöpfung, eine Symphonie, die einer macht, wo auch nicht der zweite, ein anderer Mann den zweiten Satz macht. Es gehört alles in die Kreation eines Individuums. Wir finden ja Zusammenarbeit nicht nur im Gebiet der Wissenschaft, sondern zuweilen auch in der Kunst. Zum Beispiel, wenn wir denken an die Erbauung eines Domes. Da besteht ein allgemeiner Plan für das Ganze, der zuweilen auch geändert wird, während der Bau im Gang ist. Und dann werden die einzelnen Teile des Baus durchgeführt. Und da wird großen Wert gelegt auf die handwerkliche Sorgfalt und Exaktheit. Ohne das würde der Dom ja zusammenrechnen. Und so glauben wir auch, in der Philosophie muss das in dieser Weise geschehen, dass Zusammenarbeit möglich wird, indem eine genauere Ausbildung der Handhabung der Werkzeuge vor sich geht. Die Logik, glauben wir, ist das wichtigste Werkzeug der philosophischen Analyse. Das heißt aber nicht die alte, traditionelle Logik, die von Aristoteles stammt und im Mittelalter praktisch unverändert geblieben ist, sondern die moderne Logik, die mit Symbolen arbeitet. Da haben wir ein Instrument für exakte Analyse von Begriffen oder von Aussagen oder von Beziehungen zwischen Aussagen in einem System wie einer wissenschaftlichen Theorie. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts kam der deutsche Mathematiker Frege und dann zu Beginn unseres Jahrhunderts der englische Philosoph Bertrand Russell. Und die zeigten, dass die ganze Mathematik auf die Logik reduziert werden kann. Das heißt, dass alle Begriffe der Mathematik definiert werden können aufgrund von logischen Begriffen und alle Theorien mit der Mathematik zurückgeführt werden können auf die Grundsätze der Logik. Allerdings muss dann mit Logik nicht die traditionelle Logik, wie ich schon sagte. Ja, das ist dann die Logistik oder mathematische, symbolische Logik. Ja. Und das ist also durchgeführt worden in gerade diesem Sinne. Zum Beispiel hat Frege gezeigt, dass die Begriffe der verschiedenen Zahlen, eins, zwei, drei und so weiter, rein logisch ausgedrückt werden können. Wenn ich sage, die Anzahl der Bücher auf diesem Tisch ist zwei, so kann man das umformen in den folgenden Satz. Es gibt ein Ding, das auf diesem Tisch liegt und ein Buch ist und ein anderes Ding, das mit dem ersten nicht identisch ist und auch auf diesem Tisch liegt und auch ein Buch ist und kein anderes Ding, das auf diesem Tisch liegt und auch ein Buch ist. Das bedeutet dasselbe wie die Anzahl der Bücher auf diesem Tisch ist zwei. Also das arithmetische Wort zwei ist hier definiert mit Hilfe solcher logischen Wörter, wie alle sind und es gibt und identisch solche Begriffe, die zu den Grundbegriffen der modernen Logik gehören. Und ebenso ist dann, aber das ist etwas kompliziert, die ganzen Operationen mit Zahlen, auch mit reellen Zahlen, imaginären Zahlen und so weiter, die Funktionen von Zahlen und so weiter, all die ganze Theorie der Zahlen und ihrer Funktionen ist in dieser Weise auf der Logik aufbaubar. Darf ich nochmal, um vielleicht kein Missverständnis aufkommen zu lassen, bemerken, Frege war ja nun ein Mathematiker. Wenn man also sagt, die Philosophen haben es sozusagen fertiggebracht, die Mathematik auf die Logik zurückzuführen, könnte der Erdung-Mensch den ja Frege, der das mitbesorgt hat, war ja ein Mathematiker. Aber Sie würden ihn in diesem Falle doch, weil es sich sozusagen um die Grundlagen handelt, als Philosophen im vorhin definierten Sinne bezeichnen. Die Logik ist ja immer als eine Aufgabe der Philosophie behandelt worden. Und es ist bemerkenswert, dass die neue Logik nicht von den professionellen Philosophen geschaffen wurde, sondern von den Mathematikern, die ein genaueres Instrument benötigten, um mit den sogenannten grundlagenen Problemen der Mathematik ins Reine zu kommen. Und nun in der Geometrie ist die Lage etwas komplizierter. Da ist allmählich Klarheit geschaffen worden, die dahin geführt hat, dass wir heute klar sehen, dass das zwei ganz verschiedene Theorien sind, die beide unter denselben Namen Geometrie gehen. In beiden wird gesprochen von Punkten, Geraden, Ebenen, die Dreiecken und Kreisen und alles das, die aber verschiedene Interpretationen haben. Es gibt eine Geometrie, die zur Mathematik gehört. Diese Geometrie handelt nicht vom physikalischen Raum, von dem Raum, den wir kennen und sich anwenden, in dem die Körper sich bewegen, nebeneinander liegen und so weiter, sondern die mathematische Geometrie handelt von einer abstrakten, formalen Struktur. Es wird durch gewisse Definitionen aufgebaut, dreidimensional und stetig. Also sie hat gewisse Struktureigenschaften, die wir auf dem physikalischen Raum beilegen, aber die werden hier nur rein logisch ausgedrückt. Es wird nicht gesagt, dass es sich um Körper handelt. Und von dieser Geometrie müssen wir deutlich unterscheiden, die physikalische Geometrie. Die ist ein Teil der Physik, die antwortet auf die Frage, welche Struktur hat der Raum, in dem die Naturphänomene vor sich gehen. Und diese ist nun eine ganz andersartige Theorie. Sie spricht auch von Punkten, Geraden, Ebenen, Kreisen, Kuhl und so weiter. Aber sie besagt etwas, das sich auf die Natur bezieht und das daher auch empirische Untersuchungen bedarf. Und es war dann bemerkenswert, dass in unserem Jahrhundert Einstein in seiner Relativitätstheorie tatsächlich eine nicht-alklidische Struktur zugrunde legte. Und durch die Bestätigung seiner Theorie, durch verschiedene Beobachtungen, ist damit dann auch die Berechtigung dieser anderen Geometrien nicht nur als Spielereien des Mathematikers, sondern als physikalisch wichtig erkannt worden. Das war also das Beispiel von der Entwicklung der Erklärung der Natur der Geometrie in ihren zwei Zweigen, mathematisch und physikalisch. Und als ein Punkt eines Fortschritts in dieser modernen Philosophie. Und als letztes Beispiel möchte ich dann vielleicht die Semantik nennen. Die Semantik war schon bekannt als eine Theorie über Bedeutung von Wörtern und Sätzen und so weiter in der Sprachwissenschaft. Also wo man lehrt, dass in der französischen Sprache die Wörter die und die Bedeutung haben und so weiter. Und nun ist die Semantik in einem anderen Sinne, wir nennen sie zuweilen logische Semantik, konstruiert worden als eine Theorie von den logischen Beziehungen zwischen möglichen Bedeutungen. Das ist also nicht wie die linguistische Semantik eine empirische, faktische Wissenschaft, sondern eine rein logische Wissenschaft, die zum Beispiel solche Fragen beantwortet, wie wenn die Bedeutung der einzelnen Wörter in einem Satz gegeben sind und die Rolle jedes einzelnen Wortes in der syntaktischen Struktur, in dem Aufbau des Satzes, wie ist dadurch der Sinn des ganzen Satzes bestimmt. Man kann sich leicht überlegen, er muss dadurch eindeutig bestimmt sein. Und die Aufgabe der logischen Semantik ist nun, das zu analysieren und den Regeln festzulegen. Ferner hat man in der logischen Semantik eine, zum ersten Mal in der geschichtlichen Entwicklung, eine exakte Definition des Wahrheitsbegriffes aufgestellt. Das hängt eng zusammen mit der Semantik, weil nämlich die Wahrheitsbedingungen eines Satzes dasselbe sind wie der Sinn eines Satzes. Wenn ich einen Satz verstehe, wenn ich seinen Sinn erfasse, dann weiß ich damit, unter welchen Bedingungen, die in der Natur erfüllt sein mögen oder nicht, der Satz wahr sein würde.